Als Profispieler bin ich viel umhergekommen und irgendwann kam das Gefühl nach Heimat, nach einem Zuhause. Und ich habe mein Zuhause gefunden mit Weinheim an der Bergstraße. Hier fühlt sich meine Familie und ich pudelwohl. Und mein Lieblingsort ist der Exotenwald. Hier gehe ich immer joggen oder spazieren. Und der Exotenwald ist von der Stadt aus relativ schnell zu erreichen. Über den Schlossplatz bist du in wenigen Minuten hier. Der Exotenwald hat 160 verschiedene Baumarten. Hier duftet es und blüht es. Das ist der Wahnsinn. Der Adelige, der den einst angelegt hat, wollte eben vom Schloss aus mit der Kutsche hier durchfahren. Deswegen sind die Lauf- und Wanderwege hier hervorragend. Die Mammutbäume hier, die sind über 150 Jahre alt. Die stehen so fest wie ein guter Verteidiger in der Abwehr. Weinheim ist meine Heimat. Weinheim ist mein Zuhause. Weinheim ist meine Heimat. Weinheim ist mein Zuhause.